Aber naja, was will ich denn machen, ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, die Siegelstraße, ne? Na, die... Erstmal geguckt, ob ich Kaskade dabei habe. Ich möchte Kaskade einsetzen, ja. Aber Pokémon-Musik ist auch richtig schön, ne? Also nicht alle, aber viele. Kuldini, Kuldini. Oha! Yes! 18 Uhr Deutschland. So ist es. Prognose, Armin? Hat er schon immer das Item noch hier? Ein Mondstein. Das nimmt man doch mit. Na gut, eben alles mit, egal was es ist. Aber ein Mondstein auf alle Fälle. Boah, ich sag 2-1 Deutschland. snch. Na viel Kuckieskoder. gut Also Hund, er hat mich getrollt. Also, ich bin ganz gut. Das war's für heute. Alles voll mit Trainern hier, jetzt nicht unbedingt Pop auf dem Trainer Jetzt geht Wasch, Affe und Nusch Weiter geht das Amt her Stromisierer Was war das zum Entwickeln, ne? Haha, Jungs hört mir solche Blitzaugen, Bewegungsmelder auf Was war das zum Entwickeln, ne? Bei den schlechten Prognosen 2-1 zu Deutschland Was war das zum Entwickeln? 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 Meine Frage ist, sollten wir denn dodgen? Wahrscheinlich nicht unbedingt schlau, oder? Was war das zum Entwickeln? Was war das zum Entwickeln? Alter! Was war das zum Entwickeln? 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 Und warum fang was mal nach vorne? Und warum fang was mal nach vorne? Arrrrrr! Ding! Jo, viel Spaß! Okay. Okay. Let's go and see them. Kann ich mir gleich heilen. Aha. Guck mal, Zeit ist gerochen. Cool. Oh, die Superangel. Oh, hier kriegst du übrigens die Superangel. Okay. 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 Das war's für heute. Na, dann geh ich auch mal heilen. Ist das wieder ein Bewegungsmeldetrainer? Hier haben wir. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Es ist ein Bewegungsmeldetrainer. und die 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 Das fängt schon langsam an. Klar, ich habe schon ein Roboter. Mit dem Du hast einen Kumpel und einen Druck. Ich bin klein. Ich bin klein. Ich muss ein bisschen wissen, ob ich nicht. Ich habe ihn hier nicht bewirten. Ich kann das Fensteren nicht wік. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und dann fahren. Das war's für heute. Ein Schafzahn. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ein Ursa-Ring. Ein sehr starkes Pokémon. Das war's für heute. Ich bin... Das war's für heute. Ich bin... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin... 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 Jetzt kommt fucking Silber. Ich bin... 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 Das dürfen wir nicht vergotten. Da sind wir. Bei den Top 4. So. Dann probieren wir es mal. Psycho Pokémons. Psycho Pokémons. Psycho Pokémons. Psycho Pokémons. Psycho Pokémons. Ich bin Korra. Ich nehme mir so ein bisschen nach Gift und so aus, so Pflanzgift oder so. Ich bin Korra. 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 Das war's für heute. Es ist vorbei. Oh, du bist erwachsen geworden. Herzlichen Glückwunsch. Eppische Musik. Yes. Ah, einfach herrlich. Moin Moin, Cian. Das war's. Ja, das war auf jeden Fall die Reihe auf YouTube. Vielen Dank fürs Vorbeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Einen Kommentar, ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und danke fürs Vorbeisein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.